Aus die Plätze. Fertig! Die, die machen uns eine Ansage, wie viel Fortschrung hat der welches Team? Also im letzten Laufe hatten wir bei Manchen Apotheke eine Zeitpunkt 1,388 und die Fußballregion in der Älste eine Zeitpunkt 1,59. Das sind so ca. 20 Sekunden Freestrung für die Manchen Apotheke. Okay, 20 Sekunden sind aufzuziehen. Je nachdem wie die Wände... Da hat man bis Sitten rudern. Die Manchen hat angeschlagen. Hat sie aber bei den Bürgermeister schon? Nein! Die haben nicht angeschlagen. Nein! Nein, noch nicht! Das ist schlecht! Oder sind die zu weit? Achso! Nichts! Jetzt haben es geklappt! Jetzt fahren sie quer! Ja! 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 Was war denn mit dem Steuermann von der Apotheke? Ja! Ich sage immer, früher in Bad Liebenwerder hat die Lumpi den Frauenachter mit Steuermann gefahren. Die konnte Trecker und Gabelstapler fahren. Die hatte da Ahnung. Die sind aber auch so falsch. Schau mal an! Jetzt stehen die 20 Sekunden noch! Ja! 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 Jetzt hat das hier ein Stückchen! Ja! 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 Ja, und dann gibt es auch Hilfen.